Was hast du vor? Wir müssen sie leider dazu bringen, uns zu folgen. Weißer. 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 Das war's. 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 Sergeant Felix, ab sofort. Sergeant? Verstanden. Die Raven können kommen. Negativ. Das Gebiet ist zu gefährlich. Sie müssen sich etwas überlegen. Hoffmann, out. Typisch. Nicht die Schlauen werden befordert. Nein, statt es sind die Vollidioten. Das war's. Sollen wir das zur Fabrik tragen oder was? Hey, scheiß drauf. Ich hab' ne Idee. Ach ja? Was denn, du Schlau? Das reicht. Auf geht's. ein Plan. Ein Plan? Welcher Plan? Du hast keinen Plan. Du erziehst nur Scheiße. Plan? Hörst du einfach ab, Arschloch. Hörst du einfach ab, Arschloch. Lass dich nicht stören. Zentrale sind vor der Grabkammer. Die Emulsionsfabrik liegt direkt vor euch. Aber seid vorsichtig. Es nähern sich feindliche Einheiten. Und sie kennen eure Position. Verstanden. Super. Wert und ich nach links. Ihr zwei nach rechts. Hört sich gut an. Du warst wohl schon mal hier, ne? Ja, ein paar Mal. Hey, kauf zu. Wir sind in feindlichem Gebiet. Mann, das nervt. Dom, hier geht's nicht weiter. Versuch, einen anderen Weg ins Gebäude zu finden. Verstopp. Ja, da unten. Verdammt. Boah, bei dir sind Boah. Sie kommen direkt auf dich zu. Was? Wo? Hey, weg, Söber. Die Ha... Menschling. Mist, diese Typen sind fast so groß wie du, Cole. Ja, fast. Korb, Söber, zieht sich zurück. Ja, aber ab und gibt sich uns für später auf. Wie einen Snack. Völlige Scheiße. Glaubst du, ich mach bitte? Ich glaube, du bist scheißverrückt. Das glaube ich. Oh, ist das nicht süß. Wie zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. Ich glaube, ich mach bitte. der негоäische Geschwindel-Diefer- три. Ha, da unten? Verdammt! Boah. Bei dir sind Buben aus. Sie kommen direkt auf dich zu. Was? Wo? Hey, wechseln! Ja! Menschling! Die Typen sind fast so groß wie du, Cole. Ja, fast! Korpsen! Ja, zieht sie zurück. Ja, warte ab! Schiebt sich uns für später auf. Wie einen Slack. Völlige Scheiße. Glaubst du, ich mach Bits? Ich glaube, du bist scheißverrückt. Das glaube ich. Boah, ist das nicht süß. Wie zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. In Sing. Auf wessen seines stehst du? popsic! Ow! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, nehmt! Oh, ja! Ja, nehmt! Formieren! Verstanden! Ich benötige Hilfe hier! Wir müssen hier raus! Wenn ihr einen Plan habt, bitte raus damit! Ich kenn jemanden, der hier draußen lebt. Der hat ein Fahrzeug. Ein beschissener Junker. Läuft aber. Was? Du kennst einen von diesen Gestrandeten? Jo, da vorne ist dein Lager. Also, du hängst mit Gestrandeten rum? Ich hänge nicht rum, Penner. Ich suche jemanden. Halt die Klappe, Bert. Los, weiter! Was? Was halte ich? Ich bin sicher, ein paar von denen sind nett. Vielleicht auch nicht. Musik Musik Swinnet Kurm »insky Siehst du, hat doch gesagt, der Korbster verfolgt uns. Ja, habt's kapiert. Sieh dir das Ziel nicht. Guter Schuss. Bereit zum Schuss. Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Der Wettbewerb ist der Wettbewerb. ARD Text im Auftrag des WDR Ich kann dich zielen! Bereit zum Schaden! Ich kann dich nicht nassen! Vor mir! Vorsicht! Einen Einen Aus Einen Bor Aus B W Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Den haben wir denn angedritten? Bert, es ist noch nicht vorbei. Lad besser nach. Warum? Weg raus! Oh, ja! 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 Hey, Alter! Ich helb mit dir, Arschloch! Leck mich! Blas, das ist Pferd! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Santiago! Oh, ja! 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 Oh, ja!